Musik 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 Cool, geil, oh 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 Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Videoaufnirkanal, wer jetzt denkt Yo Ihr seid sicher überrascht, warum macht der Knusche jetzt einfach so ein Video über Pokémon GO Ja ist ja ganz einfach, Pokémon GO ist jetzt auch neuerdings in der Schweiz und Nostalgie Menschen von den 90er Jahren überall in der Weltgeschichte bis jetzt in der Schweiz rumlaufen Und auch ich habe ein paar auch Pokémon GO auf mein Handy Entschuldigung auf mein Handy geholt und ich muss sagen, es ist grundsätzlich eigentlich nicht mal schlecht aber es gibt so kritische Stimmen und ich möchte auch ein bisschen in das Video hier einfügen, also was gibt es denn? Es ist irgendwie so dass Pokémon GO natürlich auch ein paar Nachteile hat, wo man muss eigentlich, die sind gefährlich Ich meine, man muss sich das nicht so feststellen, man geht einfach man geht sich mal an die frische Luft, was ja grundsätzlich nicht falsch ist, weil es ist irgendwie so dass man sich auch an diesen Gefahren aussetzt und ähm man vielleicht einfach so blind durch die Strasse durchlauft und da nicht wirklich gut schaut ähm und umgeblich und es sieht ja natürlich auch ein wenig schräg aus, wenn man schaut, ähm da alle, die dann laufen und da das Handy von der Schnarren hält ähm, der Hype um das Spiel ist aber jedoch wirklich gross und ich denke, der wird da bleiben obwohl es gibt natürlich auch Leute, die dann sagen das wäre ja ein völliger Quatsch das ist natürlich kann man ein wenig so aber man muss wirklich auch sehen, ich muss euch das mal zeigen, ich habe da zum Beispiel den Gameboy noch von den 90er Jahren und das Spiel, wer hat es gedacht, von Pokémon Pokémon Feuerrot und ich habe das Spiel wirklich geliebt und ich liebe es auch noch heute und wenn man das schon als ein Kind hatte, schon Pokémon auf dem Gameboy oder später auf dem Nintendo 64 dann ist das halt schon ein bisschen ein Traum der so quasi plötzlich wahr wird, weil die Pokémon kommen in die Welt von uns, wenn auch nur durchs Handy und man muss ein wenig verstehen, wieso der Hype so gross ist aber es ist natürlich schon so, dass man die Realität nicht darf, ausser achten lassen, weil das ist schlussendlich dann auch falsch wie gesagt das an sich ist cool ich 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 finde sie wirklich lässig, es ist klar dass es auch gewisse Gefahren gibt mit der App darum dann bitte schauen auf die Umgebung auf die Strasse und allen lieben Kinder es gibt auch ein Leben neben Pokémon und bitte bleiben cool und 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 schauen bitte auf eure Gesundheit weil das ist ja schlussendlich das Wichtigste ich wünsche euch aber wirklich viel Spass mit dem App und ich wünsche euch auch viel viel Glück und finde ich sieht man sich mal der eine oder der andere ich hätte Lust also wenn man auf einen Kampf oder so für die die es interessiert ich selber bin jetzt auf Level 3 ich habe Sandam Raupi Kalbsi und Glumanda und ja wie gesagt chillen euch auf die Umgebung schauen und die Leute die jetzt vielleicht nicht gerade so Fan sind von der App und dem Spiel von Pokémon Go nehmen wir jetzt bitte ruhig weil es bringt nichts wenn man sich über das merkt wie der Hype oder so der wird lang bleiben und ich halte mir selten das ein bisschen ruhig angehen und die Leute die das dann die appennt die wirklich sehr gerne Pokémon Go spielen an die immer bitte es ist nur ein Spiel ok also das wäre es jetzt auch wieder mal gewesen mit dem Video ich hoffe ihr habt Spass gehabt wenn es auch auch jetzt mal ein anderes Video war aber es soll ja auch ein bisschen Abwechslung geben auf dem Kanal ich wünsche euch jetzt auch sehr viel Spass mit Pokémon Go und vielleicht wird man ja sicher mal sehen irgendwo würde mich sehr freuen und bis dann euer Knustermovie Bye Bye